Leidenschaftliche Sammler haben es ab sofort schwerer, den Fiskus an ihren Kosten zu beteiligen. Warum, das zeigt folgender Fall. Mehrere Autoliebhaber hatten eine GmbH gegründet und darüber insgesamt 126 Autos erworben. Bei den Fahrzeugen handelte es sich um Oldtimer und hochwertige Neufahrzeuge. Ziel war es, die Autos bis zu 30 Jahre lang einzulagern. Dann sollten sie mit Gewinn verkauft werden. Die Autos standen in einer museumsartig gestalteten Tiefgarage. Doch die Firma musste einige Jahre später Insolvenz anmelden. Die Fahrzeuge wurden mit Millionenverlust verkauft. Das Finanzamt weigerte sich, die Vorsteuern auf den Erwerb und Unterhalt der Fahrzeuge von rund 1,6 Millionen Euro zu akzeptieren. Es verneinte eine unternehmerische Tätigkeit. Der BfH pflichtete dem Finanzamt bei. Es kommt darauf an, ob die Tätigkeit nach der Verkehrsanschauung als unternehmerisch einzustufen ist. Dies ist bei Oldtimer genau wie bei Briefmarkensammlern nur zu bejahen, wenn sie von Anfang an mit ihren Sammlerstücken handeln. Da diese Autosammler dies nicht getan hatten, lehnte der BfH den Vorsteuerabzug ab.